Es war nicht einfach für Justin. Mir tat es nicht leid für Justin, aber mir tat es für seine Familie leid. Ich habe seine Frau gesehen, die hat gelingen. Ja, das war keine angenehme Situation. Und als es dann losging, haben sie gebuht. Und plötzlich hörten sie auf und haben gedacht, ey, ruhig, lass mir ein bisschen Ruhe. Und ich wollte mich da reinkämpfen. Ich hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Selbst für Russ Bray war es nicht einfach, da oben auf der Bühne konzentriert seinen Job zu machen. Es war wirklich schwierige Aufgabe, auch für den erfahrenen Russ Bray da oben auf der Bühne. Ich habe immer noch einen Mann. Es ist ein komisches Turnier für mich. Ich freue mich darauf, wenn das vorbei ist. Es ist alles ein Rest für mich. Ich bin ein alter Mann. Für mich geht es immer wieder darum, dass ich meine Pausen habe. dass ich zur Ruhe komme. Ich bin ein alter Mann inzwischen. alle die großen Namen haben. Die werden schwer zu spielen sein oder Gary Anderson. Ja, Keegan-Brown ist ein junger Kerl. Ich hoffe einfach, dass ich beim Spiel spielen kann. Ja, Bob steht hier mit dem Studio, der verlässt die Seite nicht. Oh nein, das ist ziemlich die opposite. Wir haben die Kinder hier. Matthew und Nathan kommen. Die Enkelkinder werden offenbar jetzt nach Weihnachten auch hier mit in den Alley Pally kommen. Sie waren auch beim World-Match-Play beim Finale mit dabei, in der Endphase. Zurück zum Match. Es war ein schwieriges Match. Ich wusste, dass Justin Schwierigkeiten haben würde, sich zu konzentrieren. Und ich wollte ihn eigentlich sofort in den Griff kriegen. Ich wollte ihn sofort zeigen. Und ich wollte ihn unter Druck setzen. Und das ist, was ihr müsst zu tun. Ich meine, es ist ein blödes Sport. Ja, das ist teilweise hart, aber so ist der Sport. Ich musste versuchen, die Situation für mich zu nutzen. Ich hatte versucht, auch die Fans ruhig noch mehr gegen ihn auf zu starren, mit meiner Art zu spielen. Ich fühle mich sehr glücklich, und sie sind da. Also es ist wie eine mixed emotionale. Es ist immer so weird. Ist das wirklich cool? Und es waren so verschiedene Emotionen auf der Bühne. Weil du guckst auf dich, wenn du siehst. Wenn die PDC wäre, würde ich die Familien auch ein bisschen auseinandernehmen. Weil du guckst mal runter. Und dann willst du das nicht machen, weil Justin Charles sitzt da. Du weißt, dass er so groß ist wie du. Wenn du in der Walk-On-Zone und die Leute singen deinen Namen und die Leitungsstriken gehen. Oh, mate. Es muss in motion sein, wenn du denkst, wenn du denkst, wirst du in der Zukunft sein? Wenn der Walk-On kommt, wenn die Lichter angehen. Das ist mein letztes Mal. Und ich genieße es. Ich genieße es einfach. Die Zuschauer, das Publikum. Ihr barrieren und Sky zusammen. Es ist kein beating dir. BT Sport. Forget about BT Sport. Es ist barrieren und Sky zusammen. Also Barry Hörn, der Chairman, der ja noch Managed und Sky Sports. Ich habe gesehen. Ihr macht so tolle Events. 80.000 Leute in der Crowd. Und ich habe gesehen. Einige, wo sie fünf World Champions haben. Und auch beim Boxen. Ihr habt 80.000 Leute zu einem Boxkampf geholt. Die Leute wie ihr selbst. Ihr veranstaltet diesen Sport einfach toll. Und die Leute wollen das genau so sehen. Die nächste Runde. No matter who's in that game. But it's me, Keegan Brown. Or I'm playing Dave Allen. Or Bob. It doesn't matter. You're gonna make it. Es spielt gar keine Rolle gegen wenige Spiele. Gegen Bob oder gegen Dave Allen. Interesse Menschen wie die DC. Oder wen auch immer. Ihr macht dieses Match groß. Keegan Brown im letzten 8. Und ich bin nicht sicher, ob wir in den letzten 8. Wer wird in den letzten 8. Wer wird in den letzten 8? Wahrscheinlich Gary Anderson. Und der Kerl ist gut. Das ist einer der in die Zukunft gehört. Auch Keegan Brown ist ein feiner feiner Kerl. Es ist nicht einfach. Das sind die Jungs, die vor Jahren immer schon gesagt haben. Ich hab mit Darts begonnen, weil es Phil Taylor gab. Ich weiß das gar nicht. Ist das wirklich so? Ich hab das so nie mitbekommen. Ich schau gar nicht viel Darts im Fernsehen selber. Ich schau mir auch die Interviews nicht so an. Wenn Enkelkinder schau uns. Und sie erzählen mir dann, was die Leute gesagt haben. Ich weiß, dass Men so gesagt hat, ich werde das Turnier gewinnen. Also das hab ich schon mitbekommen, weil es mir erzählt wurde. Und das ist einfach toll und das freut mich. Ich bin wirklich ehrlich ehrlich. Ich habe immer das Gefühl verletzt. Ich bin vertraut, ich bin vertraut. Ich bin vertraut auf Social Media. Also ich will nicht wirklich die Wahrheit sagen. Ich habe Dick Alex oder Edwin Lowe slaten. Und ich weiß nicht, was ich sagen muss. Ich weiß nicht, was ich sagen muss. Ich habe einige kritisiert. Und Leute, mit denen ich lange auch zusammengearbeitet habe. Und was soll ich dann antworten? Was soll ich die Wahrheit über Twitter raushauen? ich habe so viel gemacht und ich will jetzt am ende einfach auch dann das kapitel weitergehen das mache ich sehr gerne ich bin keine ich mag die ich schätze das ich habe die turniere gemacht sich dafür hinzugeben ich habe viel trainiert die gegner studiert ich habe 25 jahre lang keine spieler runtergeräten das jetzt bin ich vielleicht so in der situation wo ich jetzt versuche um hier noch mal eine gute wm zu spielen es ist zeit für mich zu gehen wunderbare weihnachtstage haben ein großer redelang